Cocoon Cool, ich bin gespannt. Dieses Spiel ist das Indie-Spiel des Jahres geworden. 2023. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Los geht's. Ich bin geboren. Als was? Als Käfer, oder? Ist das ein Käfer, oder was soll das sein? Okay. Das ist ja eine komische Welt hier. Da hat so ein bisschen Rätsel-Einlagen drin. Ein bisschen logische Rätsel und so. Ich bin mal gespannt. Es hat sehr gute Bewertungen bekommen. Und wie gesagt, Indie-Spiel des Jahres ist es auch geworden. Käfer, die tote Welt. Hallo. Es ist ja schon so Käfer. Ah. Okay. Na ja, erstmal gucken hier, wo wir hier sind. Was wir hier machen müssen. Es scheint so ein bisschen eine tote Welt zu sein, aber Ungeziefer und Vögel gibt es. Sehe ich am Schatten. Okay. Hä? Ah. Ah. Näch. Näch. Ach so. Ha. Was zur... Okay. Irgendwie interessant. Nein, ich... Ich kann nicht springen, ne? Nee. Okay, verstehe. Ah, okay. Easy. Ist ja jetzt easy. Okay. Huh. So, alles mechanisch. Aber doch ein bisschen naturmäßig. Okay, das ist ein riesiges Tor. Wie komme ich da rein? Hallo. Oh. Echt da hinten lang? Indie-Spiele sind schöner geworden als die großen Spiele. Oh. Hey. Der Stil ist ganz interessant, finde ich. Schade clear. Okay. What? What the fuck? Oh. 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 Was zur Hölle ist das denn? Hä? Hä, war ich jetzt gerade in dieser Kugel drin, oder was? Ist diese ganze Welt in dieser Kugel? Oder wie, oder was, oder was? Hä? Und was war das für ein Viech? Das Mutterviech, oder so? Und warum ist das jetzt da drinnen? Okay. Jetzt bin ich so in so einer Maschinenwelt. Keine Ahnung, instinktiv laufe ich mal rum, mache ich mal. Mal gucken. Hä, jetzt bin ich ja wieder zurück. Ach so, jetzt kann ich das mitnehmen. Ah, okay, alles klar. Hm. Die dienen auch gleichzeitig als Energie, so wie es aussieht, ja? Hallo, Conker. Steckt halt mehr Liebe drin, aber tatsächlich noch nie eins gespielt. Steckt halt auch noch voller Ideen und Kreativität hinter. Da wird sich noch was getraut. Hallo, Conker. Ja, hast du recht. So, jetzt habe ich die Kugel... Ah, okay. Ja, sowas kannst du in Triple A nicht mehr bringen. So was geht nicht. Ach so, also ich mache die Kugel jetzt hier rein und dann... Aber wie kann ich die da reinschieben? Oha. Oha. Also ich muss es hier rein und dann... Oh Gott, okay. Ich habe schon verstanden. Also, ich muss das jetzt hier rein machen. Oh, okay. Nice. Oh Gott, es ist easy. Okay. Okay. Ah. Wahrscheinlich muss ich das jetzt auch, damit ich hier so durchkomme. Ja, logisch. Logische Rätsel. Also bis jetzt ist es cool. Cool. Wird bestimmt richtig anspruchsvoll. Oh, oh. Was ist das? Ah. Also sowas wie Bosse gibt es glaube ich nicht. Okay. Hm. Ah. Hm, die richtige Reihenfolge. Ah, ah, okay. Daher? Äh, wo ist der? Den gibt's gar nicht. Ah, auch da. Ah. Ein Stein. Okay. Hä? Eine Drohne, oder was? Okay. Was kann ich jetzt mit der Drohne? Komme ich jetzt wieder zurück? Ah. Was geht denn ab, bitte? Okay. Warte mal. Kann ich den auch hier draufsetzen? Nee. Hä? Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder in dieser Welt. Ah. Ah. Na ja, gut, die Grafik ist jetzt nicht so geil, aber hat seinen Charme irgendwie. Muss ich wirklich sagen. Jetzt geht das Tor auf. Das ist ja cool, oder? Das ist ja cool, oder? Krass. Krass. Hm, Kristalle. Man kann halt nichts wie nur die Kugeln aufnehmen und die Sachen. Es ist halt echt beschränkt. So, was man tun kann, aber es ist... Bin mal gespannt, was da noch für Abwechslung reinkommt. Das sind auf jeden Fall sehr coole Ideen. Jetzt baue ich eine Brücke. Das ist ja nice. Ah. Ich habe eine Brücke gebaut. Jetzt geht es auch nicht mehr nach unten. Okay, da geht es runter. Aber es geht auch hoch. Deswegen wollte ich erstmal gucken, was da oben ist. Okay. Irgendwelche Viecher. Da muss ich wieder raus. Dann gehe ich erstmal nach unten. Was war das denn wieder? Aber da hat es so eine Kugel gehabt. Ich glaube, ich brauche die Kugel. Das ist doch dieses Vieh von Anfang. Aha. Erwischt. Erwischt. Gibt es da doch Bosse? Okay. Hallo. Wah. Ah. Verdammt. Macht mich langsamer. Nein. Er hat es erwischt. Das ist wieder eins. Nein. Ah, verdammt. Jetzt aber. Bam. Oh, Penner. Ja, kacke Kristalle. Ja. So in der Art. Ja. So in der Art. Bäm, Junge. Was macht er jetzt? Nein. Oh, oh. Ja, okay. Yo. Das ist noch eine böse Antäuschung. Ah. Voll. Ja. Bitteschön. Jawohl, feindliches Insekt. Vernichtet. Alter. Oh, jetzt. bin ich wieder raus. Noll. Es geht da ab. Noll. Jetzt kann... Was? Wie cool, bitte. Jetzt baut es einfach eine Brücke auf. Ja, genau. Hoppla. So. Hey, ich hätte mal eine Frage. Zu Splinter Cell. Oder passt das gerade nicht? Aber mach doch. Danke. Hau raus, hau raus. Okay. Und jetzt kann ich wieder die Brücke erscheinen lassen. Das ist ja eine coole Idee. Hat das Spiel echt so. Ah, da geht es nicht weiter. Lass sie sich wieder drehen. Mist. Hä? Hä? Auch mal drehen? Auch nicht. Jo, danke. Geht auch nicht. Ja, aber es geht nicht weiter. Es geht hier nicht weiter. Verdammt. Warte mal. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Ah. Ne, gibt keinen anderen Weg. Hast du die PS2-Version von Double Agent mal gespielt? Weil die ist ein ganz anderes Spiel als die PC-Version. Ne, habe ich nicht. Leider nicht. Also wahrscheinlich nicht so verbuggt wie die PC-Version. Und ich finde die PS2-Version sogar besser. Wundert mich sowieso, dass die sich so unterscheiden. Ne, das ist echt krass. Aber ich blick das nicht. Na ja, rüberhüpfen geht nicht, oder? Na ja, jetzt geht's. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Es gibt keinen anderen Eingang, ne? Obwohl, warte mal. Ah, warte mal. Okay. Scheiße Okay Jetzt verstehe ich, was ich machen muss Ja, genau Nee, das ist ja das gleiche Jetzt, jetzt ist es anders Vielleicht, vielleicht auch nicht Oh, jetzt komme ich aber nicht mehr zurück Oh, dein Ernst Ah, ja, natürlich komme ich nicht mehr zurück Ah, ist so dumm Jetzt habe ich Fehler gemacht Hey, Olli Nochmal danke, gell Wegen gestern 50 Euro Kranker Shit Falls es nicht so rüberkam Ich habe das nicht so für selbstverständlich genommen Ich glaube so Bin mir aber nicht sicher Was ist da rein Das wieder rüber Einsammeln Ja Das sieht doch schon besser aus Okay Muss irgendwie da rüberfahren Aber wie Achso Ist das keine Brücke Naja, ist schon ein Aufzug Ah Okay Ah Geschafft Oh! So. Geht's da lang nirgends? Okay. Ähm. Ja, da fehlt eine Kugel. Wo finden diese? Ah, okay. Okay. Was ist das denn? Ach so. Ah. Ah. Dieser komische Organismus will wieder zurück in sein Loch. Nicht mit mir! Blop, 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 blop. Ah, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das ist... Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Jetzt. Hehehe. Das hat irgendwie voll den Style des Games. Echt cool gemacht. Boah, das ist wieder so eine Welt. Ja, und das ist wieder irgend so ein Organismus. Alter. Okay. Jetzt muss ich rein in die Welt, oder was? Nee. Mhm. Nice. Okay, erste Kugel. Und zweite Kugel. Dann gehe ich mal in die neue Welt. Hui. Okay. So eine Wasserwelt. Hätte ich jetzt bei blau erwartet, aber nicht bei grün. So an die Mohnen und so. Ich brauche eine Kugel. Kann ich eine Kugel mit hier reinnehmen? Das ist die Frage. Warte mal. Ja. Oh mein Gott. Cool. Das sind mal Rätsel. Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, was ist das? So voll die Korallen und so See-Anemonen und so. Da komme ich nicht durch. Nein, die sind nicht wieder hier. Ich bin wieder draußen. Habe mich nicht weitergebracht, oder? Mal gucken, ob mich das weiterbringt. Geh mal wieder in die Welt 1. Ah, nee. Das geht nicht. Die Kugel kann halt nichts. Die kann keine Brücken machen. Die kann gar nichts. Das ist das Einzige, was sie kann. Aber da war ich schon. Bin ich hergekommen, oder? Was? Habt ihr ein kleines Steam-Spiel geschenkt? Geht knapp zwei Stunden. Bisschen. Horror. Echt? Ich habe keine Nachricht gekriegt von Steam. Warte. Ich gucke. Okay. Nicht nachher, dass ich das schon habe. Hast du geguckt, ob ich das schon habe? Ah, Geschenke halten. Tatsächlich. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön, Quietschi. Ja, können wir uns ja angucken vielleicht. Morgen oder so. Ich habe auch noch ein paar andere Spiele, die nur ein paar Stunden gehen. Ich will nicht jetzt so zehn Stunden wieder sitzen und so das ein bisschen langsam machen. Habe ich bei Gronkh gesehen, sah ganz nett aus. Okay, alles klar. Gucke ich mir dann an. Vielen Dank. Ja, aber... Ja, ich gehe mal da rüber. Aber ich glaube, da war ich schon. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich brauche wieder ein Code. Ah. Okay. Karo... Sechseck... Äh, Fünfeck. Sechseck? Keine Ahnung. Okay. Das Karo. Das Sechseck. Und dann kam, glaube ich... Das Dreieck und... Das Viereck. Was? Wo ist hier ein Dreieck? Hier ist doch kein Dreieck. Hä? Sehe ich das nicht, oder? Das Dreieck. Sogar Draht und das Teil. Aber Dreieck gibt es nicht. Was ist ein Kreis? Ist das? Kein Dreieck. Falsch. Das ist das Dreieck. Ach so. Das Dreieck habe ich auch zu sehen, vorher beim Anfang. Okay. Dreieck 77. Ich mache wieder Vorder und dann muss ich nicht 300 Mal... 300 Mal gucken. Sondern gucke einfach nur auf Vorder. Genau. So. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Geht doch. Okay. Ding, ding. Ding, ding, ding. Jetzt muss ich wieder in die grüne Welt und das Vieh ich mitnehmen. Ich hoffe, ich kann das Vieh ich mitnehmen. Ja. Perfekt. Ich nehme mal den Ball auch mit, falls ich ihn brauche. Ich nehme mal den Ball auch mit, falls ich ihn brauche. Ich nehme mal den Ball auch mit, falls ich ihn brauche. Ich nehme mal den Ball auch mit, weil ich ihn brauche. Ich nehme mal den Ball auch mit, weil ich etwas drin bin. Ohnerecht. Ich nehme mal den Ball auch mit, als ob es gibt. Hm? ahnung da was nein mein viecher was soll das geht doch eine kleine drohne das ist echt cool das ist echt ein cooles game ich sehe da raus es ist vorbeigefahren aber das ist ja geil oder oh mein gott alter was für coole rätsel also das war nice ok ok es geht los das tor wird geöffnet ja gilt will ich auch noch spielen das spiel habe ich auch und das zu sagen das sind auch so drei in die spiele die ich auf jeden fall noch spielen will ach so ich weiß nicht ich glaube eher so ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr Naja, ich hab Geld. Geht nicht. Warum nicht? Ja, was geht? Ja, was geht noch so? Ja, was geht noch so? Hm. Eh? verstehe 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 ich muss hier wieder rein und dann muss ich den ankerpunkt hier rausnehmen und dann komme ich ja gegebenermaßen wieder hier rein und habe dann das hindernis überwunden nein ok riesige krake oder was ich glaube doch ich komme hier weiter was ist das jetzt kommt der boss Ja, jetzt kommt der Boss. Lol, ich kann fliegen. Okay. Was für ein hässliches Käferviech bist du denn? Oder Außerirdisches wie ich. Okay. Ah ja. Ah ja, ich muss... Richt hier, hier. Ah! Ich bin tot. Wow! Das schmeißt mich einfach aus dem Level. So ein Sack. Witzig gemacht. Ich muss rausfinden, wo die Kugel ist. Das hier leuchtet. Ich glaube, das hier ist die Kugel. Nein. Ah! Nein! Du hund! Jetzt. Komm schon. Wuhu. Wuhu. Super. Ah, hey. Wieso denn? Ich hatte doch das Teil. Das ist ja voll unfair. Mist. Nein. Scheiße. Hä? Verdammt, kann ich das nicht auf ihn werfen? Ganz so gut, nochmal. Da oben. Jawoll, das hat gesessen, du Hund. Scheiße, welches ist das Richtige jetzt? Oha! Oha, ein Hund. Das glüht diesmal nicht. Das ist ja echt unfair. Da! Doch, es glüht. Ja! Lässt du das? Mann, er will mich ansaugen hier. Ich glaube, du spinnst. Hui! Ich fliege! Was ist das? Nochmal. Ach komm, das ist ja unfair. Hässliches Tentakelviech. Oh, was geht jetzt? Boah, was geht jetzt? Oh! Oh! Oh mein Gott! Da! Jetzt komm doch her! Ich bin hier, komm! Ja, genau, verpiss dich. Jetzt geht's wieder los! Oh, was ist das? Oh, oh! Nein! Nein! Aufpassen! Oh! Abgestürzt! Scheiße! Mal das Ganze. Super! Okay. 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 Komm, bring's nochmal. Jawoll! Und fahr zur Hölle! Ja! Nice! Und fahr. Und fahr. Und fahr! Und fahr! Oh! Ah! Ach so Ah Okay Okay, man kann nur hoch, runter kann man nicht Oder? Ah doch, kann man Hui Wie cool Oh Aber ich komm nicht runter Oh Lol Und abwärts Und wieder hochwärts Und wieder abwärts Was Ein Ui Okay, ich muss erst Okay, da komm ich nicht runter dann, oder was? Ja, das ist ja blöd Ah, warte mal Ah Das kann doch immer ein steinhart sein Ah, scheiße Ja, stimmt Dann ist das ja nicht Ah Und oben Nice Verstehe, verstehe Jetzt muss ich gucken Komm ich da rein? Wie mache ich das? Ach so Das ist echt cool Ein cooles Game, echt Jetzt verstehe ich auch, warum das gewonnen hat Diese Ideen, die sind einfach Echt cool gemacht Scheiße Okay Okay Genau nicht Dann muss ich da hinten auf den Knopf Aber Wie kriege ich das denn jetzt hin? So Vielleicht Nicht Ja Ja So Und ich bin drin Was geht echt? Ich muss wieder die Kugel rausholen Naja, da ist sie doch Was sag ich, wenn ich jetzt hier weitergehe Ach, geht gar nicht Okay Schon wieder Aber jetzt brauche ich die Äh Wie mache ich das denn jetzt? Ich weiß wie Ich muss die Grüne Kugel jetzt mitnehmen In der orangenen Kugel Jetzt lass die grüne Kugel einfach hier Geh raus Und lauf mit der hier so drüber Dann hole ich die grüne Kugel jetzt wieder raus Alter, na Bestimmt fünf, sechs Kugeln Alter Musste kombinieren und tun und machen Das wird bestimmt noch richtig heftig Okay Okay Ich brauche jetzt wieder die orangenen Kugel Bin mir aber nicht sicher Ich nehme sie mal so wieder mit So, dass ich beide Kugeln mitschleifen kann Jetzt brauche ich wieder die grüne Kugel Oder? Ja, ja, klar Kommen mit der orangenen Kugel nur weiter Okay, alles klar Dann wieder zurück Grüne Kugel rausholen Dann da reinsetzen Zurück gehen Die orangenen Kugel holen So Zack Grüne Kugel da reinsetzen Die orangenen Kugel holen Nee, andersrum Scheiße So Perfektor Yeah Sehr gut Und wieder so ein Rätsel Alles klar Hä? Hä? Einmal das und diese komische Sonne Oder was auch immer Welches war das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf Das Fünfeck Der Butterfly und das Dreieck und das andere Der Butterfly Das Dreieck und das andere Easy Easy, Junge Ich race hier durch durch das Game, Alter Ich race richtig durch Speedrun Aber ich nehme mal die Sachen mit Die brauche ich bestimmt noch Die brauche ich noch Da muss ich wieder diesen Trick anwenden Naja, das geht ja nicht Naja, das ist ja... Gibt's ja eigentlich nichts Nein, gibt's gar nichts Naja, also in der Welt muss ich ganz sicher nichts machen Wahrscheinlich in der anderen Welt Das geht nicht mehr Sehr gut Sehr gut Ich wieder hier Ah Schnell weg hier Wadda, 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 wadda Aber wie kann ich's da reinwerfen Muss weiter unten sein Das Ding ist zu weit oben Und dann kommt es hier so raus Aber hier geht's nicht weiter Oh Hm Ah Ah Okay Oh Gott Oh Gott Oh Gott Schneller Schneller Komm, kleiner Freund Komm 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 Und hoch Ja Nice Aber wie komme ich jetzt wieder an meine Kugel Äh Aber jetzt brauche ich meine Kugel Ja Ja Moment Ja Scheiße Ja Ich bin Ja Ja Ah Verstehe, okay, okay Doch immer ein Weg Eau, Eau, Eau Alter Okay Bing, Bing, Bing Hui Was ist das für ein Teil eigentlich? Kann man da irgendwas machen? Schwarzes Loch Okay Was ist das? Ah, okay, da kann ich wieder meinen kleinen Freund dann Nee, was mach ich denn? Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Was ist das für ein Teil eigentlich? Und da ist das für ein Teil eigentlich? Und das ist das für ein Teil eigentlich? Aber das ist das für das Kino? Ja, also... Was ist das für ein Teil eigentlich? schneller schnell mal auf der nächste tempel ist das ein tisch die kugel nein wer kommt da das eine war vorne krake und das hier ist jetzt eine art schmetterling der sich natürlich jetzt in der welt verpisst in die welt verpisst er sich verpisst in die welt die sind schon sehr cool gemacht nice Alter. Kugel. Das ist wie so ein Organismus. Die Lore würde mich mal gerne interessieren. Wer ist das? Also was hat der Entwickler sich dabei gedacht? Ist das ein fremder Planet oder ist das... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schon gibt es da eine Geschichte dahinter. Wer sind diese Gottheiten, die immer in die Welten verschwinden, die ich dann besiegen muss. Und dann haben diese kleinen Welten irgendwie Kräfte. Sehr seltsam. Aber geil. So was kann man halt auch nur in Spielen erzählen. Toll, das hat gar nichts gebracht. Aber hier komme ich durch. Kommt das mir jetzt hinterher oder ist? Ah, okay. Ist ja nice. Kleiner Roboter. Kann der hier irgendwas machen? Ah. Verstehe. Wieder drauf, kleiner Robi. Das ist ja... Und rein mit dir. Sieht aus wie eine riesige Mumu. Sieht alles so organisch aus, irgendwie so. Als wäre ich in einem riesigen Organismus. Scheiße. Ich brauche die Kugeln. Aber wie kriege ich diese Kugeln? Wenn ich die jetzt wegmache, dann... Nö, schließt sich nichts. Ich dachte, die schließt sich. Jetzt muss ich die trennen, weil ich zwei brauche. Lass mal da hin. Okay. Wee! 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 Warum findet man solche Ideen nicht heutzutage in AAA-Titeln? Das verstehe ich nicht. Als wäre das nicht möglich, weißt du? Hä? Hä, wohin? Meine Bälle! Ah, okay. Die öffnen für mich das Tor. Hä? Nein, tun sie nicht. Die liegen irgendwo hin. Toll. Okay. Super. Hey, wie soll ich so schnell da hochkommen? Okay. Erstmal noch nicht. Erstmal brauche ich beide Kugeln. Ähm... Ja, oder doch. Ich kann doch... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, okay, ah, wie kommt er jetzt daraus? Gar nicht daraus. Ah, nein. Okay, jetzt weiß ich wie. Okay. Okay. Alles klar. Und rein mit dir. Zack. Ja, aber ich brauche die Kugel noch. Also doch nicht rein mit dir. Also erstmal wieder raus. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurückkommen. Okay. Ich brauche die Kugel. Ja, okay. Das war's. Ja, aber da komme ich nicht mehr zurück, oder? Jetzt muss ich den holen. Scheiße. Ah. Nee, warte. So. Dann so. Und dann so. Haha. Geil. Easy. Das sollte ich schon glauben. Nein. Ah, du blödes Ding. War zu schnell. Ah, schon wieder. Das ist ein Mist. Sehr gut. Zack. Und rein da. Und los. Okay. Hui. 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 Fast zur Hölle... Das hat sich gelöst und... So, wer geht denn da ab, bitte? Das ist faszinierend und eklig zugleich. Krank. Einfach nur Crank, man. Wasch? 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 Ach so, jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder? Na verdammt. Ne, das macht dann keinen Sinn. Aber hier brauche ich wieder die orangene Kugel. Die orangene Kugel ist noch dahin. Okay. Okay. Dann bringe ich die schon mal raus. Genau. Hol die. Und dann hier hoch. Wieder runter. Geh wieder raus. Hol die orangene Kugel. Geh wieder rein. Alter. Okay. Muss die jetzt da rein machen, oder was? Ach so. Ach so. Schon wieder so. Ach so. Ach so. Ja, aber warum? Mach ja gar keinen Sinn. Warum sollte ich jetzt wieder in die Welt? Naja, gar nichts mehr zu tun. Oder? Oder? Oder etwa doch. Ne. Glaube nicht. Okay. Da oben. Gibt's hier oben noch was? Ich brauche die Grünen jetzt. Was? Wie hole ich die jetzt? Na so. Auf jeden Fall nicht. Aber nicht durch. Hier nehme ich die grüne Kugel mit. Und. So. Indem ich sie. In der orangenen Welt platziere. Wieder die lila eine Kugel nehmen. Ah. Und. Zack. Genau. Jetzt laufe ich über die Brücke. Dann mache ich hier. Dann gehe ich rein und hole die grüne Kugel. Genau. Alter. Ist eigentlich gar nicht so komplex. Aber wenn man so. Wer denkt sich sowas aus? Alter. Dieser Typ, Alter. Krank. Ah, okay. Jetzt muss ich wieder die Dinger drücken. Muss mal rausfinden, wo. Oh. Aha. Ah. Hä? Okay. Ich verstehe es nicht. Da verändert sich nichts. Da verändert sich nichts. Das geht ja auch nicht anders. Das geht ja auch nicht anders. Hm. Ich sehe diese Zeichen auch nirgends. Aber warum komme ich hier hoch und es geht nicht weiter? Das ist komisch. Warum wird das so unsichtbar? Oh. Ah, warte mal. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Was ist das? Ah. Was ist das? Ah, was ist das? Haie. Was ist das denn? Das ist nur die Hälfte. Was ist das denn? Das ist nur die Hälfte. Das ist nur die Hälfte. Ah, was ist das? Oh. 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 Super. Ne, nochmal neu laden. Ja. 51% schon. Alter, kranke Shit. Ich bin ja fast durch. Zur Hälfte bin ich schon. What the fuck, Alter. Bei der Hälfte erst zwei Stunden. Jetzt. Nochmal. Das erste ist... ...der Kreis. Das zweite ist... ...das Viereck. Das dritte ist... ...das Dreieck. Das ist der Schmetterling. Ah, ist okay, doch. Okay. Okay. Und wir haben unseren kleinen Freund wieder. Unseren kleinen Türöffner. Türöffner. So. Wahrscheinlich da drüben. Oder? Das geht weiter. Immer mit der Schmerz. sexcerf. Das war's für heute. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich den durchkriege. Achso, ich hab den. Ah, cool. Scheiße. Geht's nicht weiter. Geht's nirgends weiter. Ah, ich muss den in diese Welt bringen. Okay. Alles klar. Alles klar. Nee. Ah, ich brauch wieder die Kugel. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn hier. Nee, komm ich ja auch nicht, weil der... Nee, das macht auch keinen Sinn. Okay, jetzt bin ich ein bisschen ratlos hier. Jetzt check ich nicht gerade was machen. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Jetzt bleibt er in dieser Welt. Ja. Okay, jetzt hab ich's kapiert. Okay. Easy. Hat kurz gedauert, aber... Alter. Geiles Game. Okay. Bling, 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 bling. Bling, bling, bling. So, rein mit dir. Aber so wie es aussieht, fehlt hier noch eins. Achso. Achso. Einmal. Nein. Und zweimal. Ja, woher. Woher. Und irgendwas вам Bye bye. Es ist noch mal, los was mir schön hieren haben. AGive dich mir auf게요. Nicey-dicey. Na dann. So. Wobei, die Knöpfe drücken hier. Einmal... Tuck, 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 tuck. Kluge Roboter. Zwei Mal. Und zwei Mal. Mhm. Nicey. Okay. Okay. Was geht los? Nächster Boss. Hä? 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 War sogar ein Schutzpanzer. Ha! Hat mich schon rausgeschmissen. Wie dumm. Ich komme zurück in deine Welt. Ah! Darf mich nur nicht von ihm erwischen lassen. Oha, jetzt macht er auch noch... Ah ja, okay. Ich dachte, er macht es ganz kaputt. Ah! Ah! Ja! Wie fies! Egal, Runde 3. Let's go! Nee. Hilfe! Hilfe! Ja! Wie unfair! Alter! Richtig unfair! Well... war gott sei dank Hilfe, 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 Hilfe. Gitt, Alter, echt. Riesenzecke oder was auch immer das sein soll. Ich muss auch nur dagegen laufen, ist auch nicht schlecht. Nein. Ist gut jetzt. Voll gemein. Boah. 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 Was? Was ist das denn? Wiederlich. Boah. Boah. Äh. Äh. Ja. Ja. Nein. Ah. So ein Drecksack. Jetzt muss ich alles nochmal von Anfang. Alter. Das ist doch scheiße. Boah. Alles wieder von Anfang. Boah. Noin hier. Nein hier. Bam. Ah! Nein! Ich konnte mich nicht rüber teleportieren, weil das schon im Arsch war. Ah, gut. Der war gut. Der war schlecht. Okay, jetzt aber. Ah! Nein! Ich bin auf der Taste gekommen. Ah, der könnte ein bisschen dauern, der Boss. Der ist nicht ohne. Ah, der war knapp. Okay, er ist nicht auf der Mitte. Ah! Ah! ich darf ich schon lassen sehr gut noch einmal jetzt macht er gleich diese super stampf attacke alle da drin lebt was jetzt kaputt oder nein noch immer nicht kaputt was halt dein maul ja genau ja was kommt jetzt was ist das jetzt nein bruder es hat schon unfair dass sie mich nur einmal treffen müssen und ich bin raus und muss alles wieder von vorne mal Fuck it, Alter. Okay, back. Oh. Oh, was kramp. Nice. Und bam. Jetzt muss ich zweimal den... Jetzt kommt gleich wieder diese... Diese Schleimscheiße. Boah, mich verlangsamt. Boah. Raus. Jawohl. Jetzt kommt das Schwere. Jetzt kommt das Schwere. Oh nein. Jo. 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 Damit habe ich null gerechnet, dass der jetzt alle drei runterpfeffer hat. Ah, schwer. 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 Ah. 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 Sehr gut. Ja. Oh. Ah. 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 Ah, ich bin so dumm. Ah, komm. Wie fies ist das denn wieder? Let's it. Ah, nein. Jetzt hab ich geschlafen, weil ich auf die Uhr geschaut hab. Verdammt. Ich hasse es. Komm schon. Ich schaff den. Okay. Panzer ist weg. Ah! Ja, Mann! Oh! Oh! Ah! Ich frag mich grad, ob in jedem Ding so ein Ding ist. Ja! Ah! Ah! Boah, Junge, Alter, wie fies! Ah! Verdammt! Jutsu ist schuld. Ja. Genau. Hä, was? Achso. Verdammt, Alter! Ey, das ist echt schwer. Wirklich schwer. Vor allem, One-Hit-Tot, ne? Also, was heißt tot halt? Bist rausgeschmissen. Boah! Wo bin ich? Ach da. Ah! Lass mich los! Oh, Glück gehabt. Oh Gott! Oh Gott! Okay. Uh! Oh, bam! Oh! Oh! Boah! Boah! Oh, nein! Ah! Oh Gott... Das ist doch knapp! Ha! Ja... Nein! Nein... Ich hab die Blume gesehen und hab gedacht, ich bin da und... Nein, war ich nicht. Verdammt, Alter, komm schon. Komm schon, Mann. Jetzt Konzentration, Junge, Konzentratione. Konzentratione. Jawohl. Okay. Okay. So, jetzt sind zwei offen. Jetzt hab ich beinahe geschlafen. Jetzt sind zwei offen. Jetzt muss ich gucken, dass ich das dritte aufkriege. Aber jetzt machen die den... Ja. Jetzt machen die hier diesen Ultraschild. Voll unfair. Richtig unfair. Jau. Jau. Tschüss. Jawohl. War's das. Yes. Sehr gut. Gibt mir die neue Kraft. Wui. Schuuu. Bam. Nice. Danke. Wo... Wo... Wo ist die Kugel jetzt hin? Ach so. Ach so. Ja, okay. Ach so. Die kann sich jetzt... Moment. Versteh ich nicht. Hä? Okay, die kann sich jetzt verdoppeln oder... Was ist jetzt die Kraft der Kugel? Wie kriege ich die Kugel jetzt wieder raus? Wie kriege ich die Kugel jetzt wieder raus? Hm. Da ist sie. Ach lol. Die kann sich jetzt... ...immer mit dieser Pflanze teleportieren. Ah, okay. Auch interessant. Ach so. Jetzt hier so rüber. Nach würde sie deign ضänen. Was auch so... Was ist das? Häh?! Möж. Ja, overhe... Boa! Hah! Oh, jetzt kann ich einfach die Kugel nehmen. Lol. Der ist ja geil. Macht gar keinen Sinn, was ich gemacht habe. Jetzt macht es Sinn. Okay. Okay. Ich muss ganz kurz mal aufstehen und kurz ein bisschen mich dehnen und ein bisschen lockern. Es tut zwar jetzt gerade nicht weh, aber ich merke, wie es langsam spannt. Deswegen besser kurze, kleine, kurze, kleine Pause machen. Ich habe keine Lust, nächste Woche wieder krank zu sein. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich will endlich wieder arbeiten gehen. Ich kann auch ganz kurz was, kann kurz mein Trinken holen. Bin gleich wieder da. So. Oh Gott. Oh Gott. Ein bisschen. Ei, ei, ei. Ah. Okay. Okay. Zarter Fahrt kommt, kaufe ich mir wirklich noch so einen Tisch, der hochfahren kann, dass ich im Stehen spielen kann. Ohne Witz. Das wärs Beste. Gut. Weiter geht's. Okay. Jetzt muss ich das einfach hier holen. Also hoch, so und zack. Blumms. Nice. Okay. Was zur Hölle ist das denn? Schon manchmal komisch, so diese Organismen. Hm. Also ich bin echt verblüfft von diesen Ideen, Alter. Die sind so gut. So einfach, aber auch so gut. Das ist echt krass. Ich bin echt beeindruckt von diesen Ideen. Zack. Zack. Huh. Hey. Was soll das? Wie gemein. Geht doch nicht. Hm. Scheiß. Hm. Scheiß. 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 ich weiß zwar nicht ob es geht aber probieren wir es einfach er kann nur auf dieser schleim spur hier oder nein nein Bye! Haha! Okay... Mal gucken... Wo ist das Teil? Ah! Ah, jetzt hier hoch... Ich weiß nicht, ob das jetzt gleich Alarm schlägt... Ne, tut's nicht... Okay... Ja, wie soll ich da hochkommen? Wie soll das gehen? So schnell bin ich doch gar nicht... Ah! Okay... Der ewige Kreislauf jetzt... Er wird das immer wieder fressen... Hey! Hahaha! Scheiße! Ja, ist es jetzt... Okay... Jetzt wird es... So... Sehr gut... Sehr gut... Jetzt muss ich das nur noch hier so holen... Und dann da oben wieder reinmachen... Zack... Oha... Das sind meine Brüder! Brüder! Warum seid ihr alle versteinert? Brüder! Was ist hier los? Brüder! Jetzt muss ich alle drei... In einem Protest machen... Okay, das heißt, ich muss alle rausholen... Schum... Schum... Eins... Zack... Schum... 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 Gut... Okay... Und drei... Und Start... Hallo Pyrus... Wünscht dir auch... Frohe Weihnachten... Hallo Pyrus... Wünscht dir auch... Frohe Weihnachten... Alter... Ist zur Hölle... Okay... Und nur... Geh ich jetzt ohne... Steine mal los... Ich brauche auf jeden Fall... Wieder hier... Einen Schlüssel... Eine Schlüsseldrohne... Mhm... Wuii... Wuhuuu... Boah... Schon gedacht... Ins Nichts falle ich jetzt... Aber... Nein... Doch richtig... Wer hat denn die Autogrammkarte gewonnen? Stone! Stone hat die Autogrammkarte gewonnen! Hä? Okay... Jetzt muss ich wieder... Checken wie es geht... Ah... Ah was? Nein! Ah ne... Ich brauche das doch... Ja... Aber wie soll ich denn da durchkommen? Hä? Komm ich da durch? Nö... Das kann ja nicht funktionieren... Vielleicht hier irgendwie rein oder so? Nein? Okay... Hm... Ja... Ich glaube die Tür geht trotzdem zu, oder? Das ist jetzt tricky wieder. Oh, ich versteh... Nee... Versteh nicht... Was soll das bringen? Yo, danke für deinen Re-Zack! Und willkommen im fünfundsech... Fünfunddreiß... Fünfunddreißigsten... Fünfundsechzigsten... Äh, fünfunddreißigsten! Danke für deinen Support! Mega! Danke! Hallo! Jetzt schon live? Äh, was heißt hier jetzt schon? Ich bin schon... ...über zwei Stunden live! Ich check das nicht! Ich komm grad nicht dahinter! Irgendwas... Irgendwas... Ich komm auch nicht zurück, oder? Irgendwas überseh ich! Ah... Ich komm doch zurück! What the hell? Wohin jetzt? Wohin jetzt? Okay... Der neue Boss... ...activated! Ja, das kommt daher, dass ich gestern ziemlich früh schlafen gegangen bin... ...und heute morgen ziemlich früh wach war... ...und dann hab ich gedacht... Boah... ...spiel ich ein kleines Indie-Game! Oh! Und jetzt, äh... ...spiel ich das grad und... ...check trotzdem nicht, was ich machen muss! Das hier ist ne... ...brücke... ...hier nicht, ne? Ne... ...ich nochmal hier durch... Vielleicht hab ich hier irgendwas übersehen... Kann man nichts mehr machen... ...hier hab den Boss aktiviert... ...also, mit den... ...ich kann die Welten auch nicht bereisen... ...also, muss ich's irgendwie mit diesem Roboter schaffen... ...sindere Zeit auch nicht ... ...und dann... ...k настолько... ...hier was... ...wiss... ...hier.. Also Episode 1 irgendwann mal spielen. Ja, kann ich machen. Die rallt's nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Was, wann kann man dir Fanpost schicken? Du, ich hatte mal hier so ein Postfach, aber da hat nie jemand was hingeschickt. Dann habe ich das Postfach wieder aufgelöst. Es stand eine Zeit lang in der Beschreibung unten bei Twitch drin. Ein Postfach? Äh, ne, es kostet nix, glaube ich. Oder doch ein bisschen. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich komme einfach nicht dahinter, was ich machen muss. Wie kriege ich das hin? Dass der... Ich verstehe es nicht. Ich kapier's nicht. Geht's hier noch irgendwo lang? Jetzt habe ich einen Hänger. Jetzt habe ich einen Hänger. Ich hab dir auch noch nie. Ich bin ein Hänger. Ja, ich bin ein Hänger. Ich bin ein Hänger. Ich komme einfach nicht dahinter, was das Rätsel's Lösung ist. Da kann ich nichts machen. Ah, ich kann ja nicht. Ah, das geht nicht. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Das ist schade, sonst hätte ich dir ja auch ein Geschenk geschickt. Was denn? Über Scheiße im Briefkasten freue ich mich nicht. Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin die ganze Zeit ohne Probleme durchgekommen. Jetzt habe ich voll, gar keinen Plan. Das ist schade. Ich bin das Schade, Mensch. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber ich guck mal. Weil ich baue ja die Kugel, um über die Treppe zu kommen. Deswegen geht es. Das kann ja nicht sein. Das macht keinen Sinn. Kann ich das Ding auch so aufheben? Ah. Funktioniert nur in Kombination der Kugel. Ah. Oh, come on. ich komme nicht drauf kann doch nicht so schwer sein ne, Silvester bin ich nicht da alter hä, es macht keinen Sinn was übersehe ich denn mal kurz noch mal gucken es gibt noch eine Welt das war es dann oh lol ich bin mir nicht sicher ob es Buggy ist oder nicht deswegen lade ich mal neu vielleicht es spackt ich weiß es nicht es ist für mich unlogisch es gibt keine Möglichkeit oder ich muss erst auf die Seite ich halte erst mal die Seite nehmen ok vielleicht habe ich die Reihenfolge falsch gemacht macht zwar keinen Sinn aber wer weiß was ist da hinten toll ok das sieht doch schon mal gut aus ok verstehe na komm so da zack sehr gut zack 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 Ja, aber wie komme ich jetzt da runter? Ohne die Kraft komme ich nicht runter. Ja, macht auch gar keinen Sinn jetzt. Naja, das geht ja nicht. Boah, das ist schwer, also. Das ist gerade echt ein bisschen knackig hier. Irgendwas muss ich auf jeden Fall mit dem blöden Ding. Ach so. Hä? Nee. Gar keinen Sinn, oder? Doch. Jetzt macht es Sinn. Ja, jetzt ist das nämlich, ja, jetzt ist das materialisiert und das andere nicht. Jetzt komme ich hier hoch. So, und rein mit dir. Hey, meine Kugel! Bis zur Hölle. Ah! Was ist das? Okay. Wie so eine Art Rochen. Okay, die erste Kugel habe ich. Time für die zweite Kugel. Ja, da muss ich aber jetzt wieder mit der orangenen Kugel hin. Das ist halt das. Scheiße. Ach nee, doch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Ah, okay. Meine Teleportations-Kugel. Gar nichts. Ach so. War ich gar nicht durch. Schon wieder so. Aber vielleicht blicke ich dann, wie das geht. Aber das macht gar keinen Sinn. Hä? Das macht auch keinen Sinn. Warte. Ah, das ist es. Ich weiß. Ach. Nein. Ach. gain. Bars. es gibt kein warte mal das mit diesem tor das check ich einfach nicht was will denn das spiel da von mir ist nicht ein bisschen undurchsichtig ha ich hab ne idee jetzt weiß ich wie nein bleibt doch stehen doch ich muss dann hier nehmen okay noch mal noch mal noch mal noch mal hier aber das habe ich kapiert das habe ich kapiert nein das war zu früh scheiße warten sollen jawohl ja aber ich brauche den roboter jawohl die zwei habe ich gelöst aber das dritte ist keine ahnung wie das gehen soll sich auch noch mal so um die ecke denken oder ja und los geht's ja 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 ich habe gelacht wenn ich das nicht rausfinde hier geht's auch lang okay plums plums okay die z des pole muss noch mal wieder wecken naja muss man gar nicht da ist schon Ja, aber das Problem ist, ich kann mich ja nicht hoch teleportieren und ich brauche ja diesen dummen Stein und wie soll das gehen? Ich habe eine Idee, oh mein Gott, warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Loll, Alter, oh mein Gott, wie dumm. Egal, jetzt habe ich es. Ach nein, ich brauche das Teil. Ah ja, okay, ich muss nur wieder die Treppe runterlassen. Okay. Oh mein Gott, Alter. Da habe ich aber echt lang gebraucht jetzt. Aber dadurch, dass ich die anderen als erstes gemacht habe, kam mir das jetzt irgendwie schneller. Okay, kommen wir zum nächsten Boss. Du machst alles easy, Junge. Nee, irgendwie. Also bei dem Orangenen bin ich jetzt gerade vorher echt eine lange Zeit gehangen. Aber ich habe es doch noch rausgefunden. Ja, nice. Woosch. Oh, die letzte Kugel und der letzte Boss. Boah, das ist eine Art Spider. Geil. Was das wohl für eine Welt ist. Aha. Okay. Hui. Hallo, Stone. Und rein in die Welt. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Ich muss aber den Schlüssel suchen. Ich brauche den Schlüssel. Ich muss den Schlüssel suchen wahrscheinlich in der Welt. Aber oder , was kann ich jetzt mal gerne mal mal was ich Hey. Oh, komm. Hast du hier. Oh, mal. Oh, machst du hier. Oh, mach. okay das ist hier ist auf jeden fall ein zeichen ist das erste das erste zeichen und machst du neue abzeichen bei subs also zwei jahre drei jahre und so weiter muss mal gucken ja muss ich mir irgendwelche einfallen lassen oder ich generiere die mit nahe mit der ki oder so mal gucken ja das war eine idee muss ich mal gucken was ich da so generieren könnte so aber muss schon mit vert eckerlern sein sollte schon sein oder soll ich hitman abzeichen machen zitman abzeichen ab drei jahre ok 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 jetzt also schmetterling dreieck viereck schmetterling dreieck viereck das und das schmetterling Gifted, sub, wanky, wank 7. Nee. Nee, giftet, nein, alte 4 hat giftet. Yo, vielen Dank. Ich verwechsel das jedes Mal. Vielen Dank für deinen Support, man. So, jetzt habe ich die Drohne, jetzt kann ich die Tür öffnen. Let's go. Und in die weiße Welt. Das Spiel habe ich auch angezockt, war nix für mich. Wie findest du es? Abnormal. Abnormal. Kein Wunder ist das Indie-Spiel des Jahres geworden. Ich finde es unglaublich clevere Rätsel und richtig cool gemacht. Ich finde es richtig gut. Es ist zwar nicht mein Indie-Spiel des Jahres, das ist noch immer das andere, das habe ich ja schon gesagt. Was ist das denn? Ab fünf Jahre gibt es das ICA-Zeichen. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt einfügen darf. So, ich glaube, jetzt kommt der Boss, oder? Nee, ich glaube noch nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich komme auf jeden Fall raus. Das ist zur Hölle. Das geht jetzt ab. Ja, weißt du, Ubisoft ist nicht so schlimm mit so irgendwelchen Zeichen und so. Aber bei IO habe ich noch nicht gecheckt. Muss ich mal checken. Jetzt geht's ab, Alter. Bam! Hui! Oh. Ach du Scheiße. Was ist das denn jetzt? Ach, kann ich jetzt fliegen damit, oder was? Oh, oh. 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 Oh Gott. Das ist jetzt schwer. Ich muss wahrscheinlich alle so im Kreis treffen. Oh Gott. Ja, das war so klar. Doch, nicht alle auf einmal. Gott sei Dank. Die anderen drehen sich. Ich glaube, wir haben es jetzt durch gleich, ja? So, ich habe die Drohnen. Ich habe die Drohnen. Oder Metal Gear Solid. Ja, wäre auch eine Idee. Bam! Und jetzt kommt der Boss. Okay. Okay. Okay, ja. Okay. Okay. Oh, Scheiße. Ich bin erledigt. Boah. Hä? Wie, wie muss ich den treffen? Ah! 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 Scheiße! Ah! Okay. Jetzt... Ja, okay. Jetzt weiß ich, wie ich ihn machen muss. Scheiße! Nein! BAM! Ein Fuß weg. Oh. Oh, wie fies. Nein. Oh Gott, ich muss mich auftanken. Okay, jetzt hast du nur noch einen Fuß. Ah. Oh nein. Nein. Was ist der Riss? Ich sehe keinen Riss. Fuck. Fuck. Jetzt. Jawohl. BAM! Jetzt nur noch einen Fuß. Jetzt einen Fuß. Oh Gott. Nein. Boah. Komm schon, da oben ist das Löchse. Jawohl. BAM! Jetzt. Erledigt. Nein, oder? Doch. Jawohl, first try. Alter, der letzte Boss war schwerer. Der ging jetzt. Was kann die Kraft? Die letzte Kraft. Ach so, die schwarzen Löcher. Was kann die Kugel? Okay. Und jetzt? Was bringt das? Hä? Ach so. Hallo, Nico. Ich hocke wieder auf meinem Drohnen, ja. Wow. Okay. Okay. Das war die letzte Kugel. Jetzt kommt, kommen wir wahrscheinlich, kommen noch ein paar Rätsel und dann geht's zum Endboss. Ja, jetzt habe ich alle, oder? Oh. Eins, zwei, drei, vier, ja. 75% vom Spiel. Passt. Ah, die Wand ist im Weg. Hm. Die Wand irgendwie drehen. Geht das? Ne, das geht nicht. Obwohl, vielleicht doch. Ah, warte mal. Ist das ein Spiegel? Ah. Jetzt darf der Herr wieder Rätseln. Ja, ja, ja. Ja. Ah, warte mal. Vielleicht kann ich die da, äh, kann ich den Spiegel damit bewegen. Ich bin gut. Easy. 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 Ist das irgendwie da draufstehen werden? Warte mal. Ah, ich habe noch eine Idee. Jetzt ist es nämlich wieder hier. Und wenn ich jetzt gegen den Spiegel schieße, dann fliegt es wieder zurück und ich kann auf der Plattform stehen. The Brain, Alter. Nenn mich der Brain. Jetzt kommt der, jetzt kommt der große Boss. Oh. der hat meine zwei anderen kugeln geklaut aber ich glaube da hat er nur geklaut um jetzt noch mal ein paar rätsel lösen zu müssen safe aber warte mal wenn ich noch mal macht aha 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 okay das ist ja lustig okay da ist da noch irgendwo eins dahinten vielleicht aber ich weiß wie es geht jetzt weiß wie es geht nein nein okay gott sei dank geschafft nach was ist das denn also was ist das ist das der corona virus gronski oder was aufgeplatzter corona virus was ist das oh scheiße was ist das ach du scheiße ah scheiße nein nein oh oh nein ich fall runter ja ha 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 ciao und noch mal okay nein 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 scheiße nein okay okay ich glaube mit controller wäre das ein bisschen einfacher ich bin mirerne ich bin in da ich bin ich bin mehr ah ich bin das ich bin Boah, Alter. Nein! Ja. Nein. Nein! Ach, come on! Und das war's. Scheiße. Und los. Ah! Ach, come on! Es gibt's doch nicht. Ah, ich bin tot. Scheiße. Ja, mit Controller wäre es auf jeden Fall einfacher, weil du da einfach ein besseres Ding hast. Dreh, Dreh, äh, Gefühl. Mit den Triggern kannst du dich da besser drehen und so. Das ist natürlich um einiges besser. Aber ja, egal. Trotzdem hin. Fuck. Verfluchter Mist, Alter. Nochmal. Nein! Ja, Mann. Ich bin tot, Alter. Ja, mit dem... Ich bin tot, Alter. Ich bin tot, Alter. Ich bin tot. Wir sind tot. Deswegen bin tot. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt ab! Bäm Junge! Ah ah! Oh oh! Was macht er? Äh? Was wird das, wenn es fertig ist? Ui! What the fuck? Was geht jetzt ab? Grüne Kugel. Okay, jetzt muss ich wieder in die grüne Welt. Aber warum? Ja, ich muss irgendwie... Das Ding kaputt schießen, aber wie? Wo? Wie komme ich da rüber? Nein. Hä? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? 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 Ich kann nicht so schießen, ne? Hä? Hä, da muss auch so ein Teil drauf sein, um zu schießen. Muss ich vielleicht nochmal in die weiße Welt? Nee, nee auch nicht. Ach die Orangene Kugel, aber auch die hat ja der Boss. Da kann ich gar nichts machen. Warte mal. Ah, jetzt. Ich muss irgendwo das Ding rauchmachen. Ah, hier. Aber jetzt hänge ich hier oben fest. Mach keinen Sinn. Ah. Ah. Ah, jetzt. Das ist ja geil. Rein in die Welt. Jetzt. Jetzt muss ich wieder wechseln. Und wieder rein. Und wieder rein in die Welt. Alter, diese Ideen, die sind so gut. Es ist einfach so ein simples Spiel. Es gibt nur einen Knopf die ganze Zeit und natürlich Bewegung. Und ansonsten nichts in dem Game und das ist einfach immer abwechslungsreich. sind so simpel und dann auch noch so verdammt gut. Okay. Kann ich das irgendwie drehen? Oh. Ah. Ah, jetzt. Jetzt ist es hart. Jetzt muss ich rein. Ich kann ja nicht... Ich muss es mitnehmen. Nö. Macht keinen Sinn. Was weniger ist, manchmal mehr. Echt geil. Vielleicht muss ich mal den Titel der Limbo-Entwickler nachholen. Ich habe bis jetzt nur die Demo von Limbo gespielt. Ja, Limbo ist auch cool. Das hier ist ja richtig genial. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll. Irgendwie gehen die Dinger dann... Okay, vielleicht kann ich irgendwie hoch oder so. Ah. Ah. Das ist nicht so ganz... ist hier... Ich sehe nichts. Vielleicht ist hier ja irgendwo so ein... so ein Viereck, also so ein schwarzes... so ein... wie das Ding hier. Naja, gut, das geht nicht mehr. Aber vielleicht muss ich einfach jetzt von der Seite rein. Das geht jetzt auch. Ah ja. Los. Ah ja. Müssen wir aber hier gucken. Aha. Das Problem, was nur ist... Wie komme ich jetzt da hoch? Das ist einfach nur, um da hoch zu kommen, ne? Das ist tatsächlich nur, um da hoch zu kommen. Hey, da ist doch gar nichts. Hey, da ist auch nichts. Ah, vielleicht. Ah. Ah, ich war auch nichts. Jetzt brauche ich grün. Ah, warte mal. Grün... Ich muss weiß in grün platzieren. Ja, aber da kriege ich es oben nicht raus. Ich muss das irgendwie da oben, aber oben kriege ich es nicht raus. Ich muss irgendwie mit weiß da hochkommen. Das gibt es auch nicht. Warum sind die Dinger hier? Ah! Verstehe. Ach, scheiße. Nur von der Seite geht's jetzt, ne? Ich muss es aber so machen... Okay, ich kapier's. Ich muss es aber so machen, dass es... ...dass wenn ich von der Seite hier schieße... ...dass ich von der anderen Seite schieße. So also. Ja, so. Genau. Genau. Ah. Wenn ich jetzt hier schieße... ...und schnell renne... Ha-ha! Ich muss so um die Ecke denken, Junge, Junge. Nice. Ich brauche bestimmt den. Ich brauche bestimmt den. Sag ich doch. Schon im Voraus gedacht. Oh nein, nicht schon wieder. Oha! Alter! Das ist fies. Ach so. Bah! Sch**a! Nein! 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 Nein. Nein. Komm schon. Jawohl. Und gleich noch mal ein Schuss. Bäm. Oh. Was soll das? Da spielt mir mehr Tennis. Bäm. Bäm. Jawohl. Zack. Sag ich, was sagst du? Lohnt sich, Alan Wake Remaster? Guck dir doch einfach Vergleichsvideos an. Ob es jetzt wirklich so andere, ob es da wirklich so einen großen Unterschied macht. Ich glaube, ich habe mein Video gesehen, das ist nur so ein minimaler Unterschied. Also es ist kein enormer Unterschied. Ich habe den ersten Teil nie gespielt. Na, dann macht es schon Sinn. Ich glaube, ich habe den ersten Teil nicht mehr als ein paar Dinge. Also es ist kein bisschen mehr. Ich habe den ersten Teil nicht mehr als ein paar Dinge. Okay. Ich habe den ersten Teil nicht mehr als ein paar Dinge. Gehen wir erst mal rein Gehen wir erst mal rein Hier gibt's keins, oder? Doch, hier, doch Nice Ich frage mich, ob der erste Teil an sich an den zweiten Teil anknüpft Ja Ja, ja Der erste Teil knüpft komplett an den zweiten Teil an Warte mal Warte, warte, grün Stein Ich brauch grün, Junge Ich brauch grün Weiß lass ich mal hier und hol grün rein Zack Und wieder rein In die Miniaturwelt Und hoch Okay Noch ein Boss Was auch immer das ist Ich verstehe nicht, was das ist Was soll das sein? Helfen die dir nachher oder musst du gegen die alle kämpfen? Das ist die Frage Ja Und los geht's Wow Wow, der erste Vogel in der Welt Na ja, obwohl Ganz am Anfang hab ich nur einen Schatten gesehen Okay 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 Ist irgendwie die weiße Kugel Ah Ich weiß gar nicht darüber Wahrscheinlich noch nicht Kommt noch Jetzt erstmal hier drauf Ist eh im Sale, kann man sich holen Ja Also Dann gönn dir Ah Keine Ahnung Was zur Hölle Okay, ich kann keine Kugeln mitnehmen Dann muss ich die Welt da lassen Jetzt brauche ich die Orange, ne Kugel Ah Was Okay Okay Andere Seite Ohne Kugel komme ich nicht weiter Das ist jetzt eine Dimension in die, in die Welt Oder, oder Verändert sich da irgendwas Kann aber keine Kugel mitnehmen Scheiße Und so gut muss ich halt doch das Irgendwie Ich kann ja Das ist zwar nicht, was das bringen soll Das ist hier auf der anderen Seite Aber Ich nicht Ich bin nicht auf der anderen Seite Und zurück komme ich auch nicht Okay Da geht's auch nicht weiter Da geht's auch nicht weiter Ah Natürlich Jetzt komme ich da auf der anderen Seite raus Ja, natürlich Ja Ja Ist doch völlig klar Ja Ja, ja, klar Loll Alter Loll Völlig logisch Schon wieder so ein Viech Aber ich habe das Gefühl Die helfen mir Nachher Hoffe ich Weil ich gerade so viele von denen erwecke Okay Okay Nice Good Wee 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 Achso So Jetzt habe ich die orange Kugel wieder Ach Um wieder auf die andere Seite zu kommen Muss ich den gleichen Trick anwenden wie gerade eben Aber wie komme ich wieder zurück? Ne, das geht nicht Oder? Ne, wie soll das gehen? Ich muss erst die Kugel wieder rausholen Okay Ich muss die Kugel mitnehmen Aber ich hole erst die andere Kugel Okay Okay Ja Jetzt schiebe ich die weiße Kugel rüber Dann renne ich wieder durchs Tor Ja Und dann bin ich auf der anderen Seite Jetzt nehme ich die grüne Kugel Mach das auf Mach das auf Geh da rüber Geh da rüber Renn durchs Tor Geh durchs Feld Und komm dann wieder aus der weißen Kugel raus Ja 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 Zack So, jetzt gehe ich wieder raus Halt es mich auf der Seite Jetzt kann ich das hier aktivieren So, damit komme ich dann die weiße Kugel Jetzt muss ich aber hier noch Was denkst du, wenn zockst du Alan Wake nächstes Jahr erst? Dieses Jahr nicht mehr Nee, heute nicht So So, jetzt habe ich die rote Kugel Aber ich muss die rote Kugel Ich muss die grüne Kugel aus der roten Kugel rausholen Wie mache ich das jetzt? Indem ich hier die Kugel nehme Aus der roten Welt Wieder zurück gehen In die Oberwelt Oder so Genau Dann komme ich hier hoch Ah, okay Ich weiß, was ich machen muss Ich muss die hier wechseln Zack Zack Jetzt brauche ich noch die rote Kugel Ja, bin vorher schon ein bisschen rumgelaufen Also ich sitze keine drei Stunden Oder vier Stunden Aber Wenn ich das Spiel durch habe Dann Lauf ich sowieso wieder ein bisschen Ich lasse mal Das hier Muss einmal hier den hier machen Genau Jetzt wieder zurück Sehr gut Ich lasse mal dein Ding hier durch Okay Nice, das war's schon Ich brauche alle, oder? Ja, ja klar Also platziere ich jetzt alle in den orangenen Ball Huyi So, einmal Zack Zack Und zweimal Zack Okay Wann kann ich die, habe ich die jetzt alle dabei? Zwei Zack Gut Zack Jetzt hole ich den weißen Ball Zack Wieder rein Wieder rein So, sehr schön Ich weiß nicht, ob ich die schon rausholen soll oder nicht Ich glaube nicht Ach Wie mache ich das denn jetzt? Wie kriege ich jetzt die grüne Kugel darüber? Wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Ist da irgendwo so ein, so ein Ding zum Laufen? Dann Wer hinterher läuft Warte mal, ich geh mal mal gucken Ah, komm ich zurück Ah, komm ich zurück Ah, warte mal Ich muss es auf... Ich muss die Grünen auf die Seite legen Jetzt, ja, okay Jetzt macht es Sinn Dann schießt er da rein und schießt dann in der anderen Welt auf den grünen Stein und der grüne Stein schießt dann und der grüne Stein aktiviert dann den schwarzen Stein in der schwarzen Welt Nein Ah, ich muss erst wieder in die grüne Welt und das umändern Boah, alter Komplex, bitte, echt Puh Das ist echt komplex Ich muss jetzt wieder in die grüne Welt Ich glaube so Wenn ich das so nehme Ja, das dürfte passen Jetzt wieder rein Also Das dahin Und Das dürfte jetzt Treffen Wenn ich alles richtig berechnet habe Müsste es gehen Was schießt von da? Nein Ich habe es falsch rum Ja, ich habe es falsch rum So Ne, das war doch richtig Dann habe ich in der grünen Welt einen Fehler gemacht Ja, aber welchen? Ne, ne, das war richtig Aber ich habe in der grünen Welt einen Fehler gemacht Aber welchen? Mat, der schießt So Hä, aber dann war es doch vorher richtig Der schießt so Dann fliegt so So Ja Probier mal Ja doch Schwierig Vor allem Vor allem, wenn man nicht weiß Ob es trifft oder nicht Was ist das? Okay Was ist das? ... ... ... ... ... ... Okay. Ach so. Ja doch. Jetzt aber schnell. Schnell, 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 schnell. Ah nee, das schafft man gar nicht. Ich muss irgendwie da oben stehen, wenn der trifft. Das ist ja gar nicht möglich. Ah. Nee, ich kann nur so schießen. Ich brauch das, ich muss, das ist ja eigentlich, ja, keine Ahnung. Das macht keinen Sinn. Na gut. Das einzige, was Sinn macht, ist, dass ich wieder... Nee, zurückkomm ich auch nicht mehr. Das ist ja gar nicht mehr. Da brauche ich wieder das Weiße, aber wie kriege ich das? Da komme ich nur wieder, da kriege ich das Grüne raus. Ja. Ich kann keine Ahnung haben wie machen, scheiße, ich hätte Weiß mitnehmen müssen, weil jetzt ist falsch, aber ich kann das wieder lassen. So. Rein. Gut. Dann nehmen wir mit. Okay. Jetzt brauche ich die Weißkugel wieder. Die, was ich dann hier rein. Okay. 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 Fast. Oh mein Gott. 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 Ich bin ein paar 20 Minuten. Was? 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 Oha, die letzten Rätsel sind echt knackig. Mal gucken, was hier ist. Fliegt einfach in nichts. Ins nichts, ne? Da ist nichts. Bringt gar nichts. Okay. Okay, gucken wir noch mal. Oha. Diese Spiegel. Das geht aber auch hier nirgends lang. Du musst den Spiegel bewegen. Ja. Boah, so einfach. Ist mir auch klar, dass ich den Spiegel bewegen muss. Aber wo und wie? Das ist die Frage. Der Spiegel bewegt sich nämlich nirgends. Es sei denn vielleicht hier, aber ne, das sind nur Ablagen. Vielleicht ist hier irgendwo so ein schwarzes Teil. Ich glaub nicht mal, dass ich den Spiegel bewegen muss. Ja, nur die Weiße kann schießen. Ich kann auch nur von diesen weißen Dingern, oder? Ich muss das nochmal machen mit dem roten Ball. Dann dauert es nämlich länger. Ja. Ah, jetzt ist schon zu spät. Das dauert viel zu lange, ey. Wie soll das gehen, Alter? Zack. Dünn. Dünn. Das geht gar nicht. Ich bräuchte einen längeren Weg. Und das hier, das nimmt da halt auch voll viel Zeit weg. Okay. Oops. Das war's Letzte. Hä, nein, das geht auch nicht. Von der Seite, aber ich muss den Spiegel irgendwie drehen, aber wie? Wie drehe ich den Spiegel? Und der Spiegel da ist. Ha, ha, Moment, jetzt, jetzt, ich weiß wie. Oh mein Gott, du musst jetzt über drei Welten gehen. Jetzt musst du über, scheiße, es geht nicht. Scheiße. Das geht aber nicht, du kommst da nicht durch. Scheiße. Oder gibt's noch eine andere Möglichkeit? Na doch. Jetzt, jetzt, alter, bitte, was? Du nutzt den Spiegel. Aber jetzt muss halt alles, ich hoffe, ich hab's richtig rum reingelegt. Ich werd's gleich wissen. Ja, hu-huuu. Ha, 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 ha. Ssss. Und boom. Jawohl, alter. Der Brain, Junge. Der Brain. Hä? Der Brain, alter. Brain-yack. Ha, 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 ha. Junge, 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 alter. Fass für ein Spiel, bitte. Okay. Oha, dein Ernst. Nee, das geht doch gar nicht so schnell. Okay. Ich muss sie erst wieder trennen, aber wie? Es gibt keine Möglichkeit, die zu trennen, ne? Die zwei Ablagen haben bestimmt eine Bedeutung. Nein, nein, du musst mit dem Spiegel arbeiten. Das hab ich ja jetzt rausgefunden. Aber wie zur Hölle? Boah, das ist auch, das ist auch jetzt tricky. Ich muss irgendwie schießen und gleichzeitig hier runterlaufen und... What? Was? Das hat... Nee, das hat keine anderen. Toll. Zurück komm ich nicht mehr. Nee, das war's. Alter, was? Okay, jetzt... Jetzt ist... Jetzt... Also ich muss schießen und dann gleichzeitig das Ding... Jo, bam! Und dann muss der Schuss treffen. Aber wie soll ich das machen? Das ist ja kaum möglich. Bis ich unten bin, ist Weihnachten. Es ist ja Weihnachten. Gibt's hier irgendwo noch... Ah, jetzt... Okay. Jawoll! Alter Falterverwalter, Junge. Diese Rätsel, Alter. Krank. Wui! Ah, wo noch? Jetzt hole ich wieder meine... Meine Perle zurück, hä? Was dank mir? Oh, dank mir. Mach mal die Augen zu, dank dir. Alles aus meinem Hirn. Aus meinem Verständnis von diesem Spiel langsam. Okay. Ja, aber ich kann nicht schießen. Aber ich komme jetzt mit der Kugel nach oben. Okay. Aha! Ich bin daaa! Ja, ich bin daaa! Okay. Jetzt krieg ich den letzten Stein. Äh, die letzte Welt. Wieder zurück. Und dann muss ich wahrscheinlich gegen ihn kämpfen. Okay, ich muss jetzt... Äh, ja, oh... What? Alter, halt dein Maul. Jetzt dreht sich das auf. Ah. Ja, genau. Nein! Nein! Aaaaaaah! Ach! Verdammt! Wui! Und nochmal. Nein! Ach, komm schon! Nochmal. Jawohl. Nein! Nein, das war falsch. Jawohl. Nein! Aaaaaah! Ach, komm schon! Ich wollte doch nicht loslassen! Äh, Müll! Nochmal. Ich mache es so, dass es für ihn erinnert. Ah! Ah! Jawoll! Das ist... Nein! Warum treffe ich das jetzt nicht? Ja! Oh ja, what the fuck? Oh, das ist voll schnell! Ja! Nein, das war nix! Oh! Schon wieder so schnell! Ach, komm schon! Ah! Ah! Verdammt! Hallo, Ascension! Ah! Ah! Nein! Nein! Hahaha! Scheiße! ist auch nicht ohne echt wie ein scheißdreck wieder ach das darf doch nicht wahr sein ich schwörs dir diese scheiße ja aber ja Jawoll Oh, komm schon Ja Scheiße Ach, come on Ja Ah Ja Nein Nein Komm schon Ja Ah Feuer Ja, 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 ja 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 Gib mir die letzte Kugel, du Hund Ja 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 Wuhu! Schuh! Alter! So, jetzt kommt letzter Boss. Safe. Oder? Nee, nee. Jetzt kommen noch mal Rätsel mit dem. Oh Gott, Alter. Okay, was muss ich machen? Muss das Tor irgendwie öffnen? Was ist das hier? Was sind das für Viecher? Ah, das sind die Bosse. Das sind die vier Bosse, die ich besiegt habe. Ja, welche fehlt jetzt? Ah, wo sind die? Hier hin, oder? Ich brauche wieder einen Schlüssel. Oh, scheiße. Du bist auch so ein Zeuge. Also, ich muss die weiße Kugel nehmen. Du bist doch nur neidisch, Stone. Du hast das Spiel gespielt und hast gemerkt... Ah, ich bin nicht so gut in diesen Rätseln. Ich deinstalliere es mal lieber wieder. Ach, Stone muss rumstenken. Weil er merkt, dass er nicht so klug ist wie ich. Okay. Okay. Okay, ich muss die Kugel irgendwie da rüber bringen. Jetzt geht's wieder los, Alter. Jetzt geht's wieder los. Na, komm ich nicht drüber. Dann komm ich da hoch. Macht keinen Sinn, äh, macht keinen Sinn, mitzunehmen, diese. Mal gucken. Mhm, mhm. Alter. Ah, okay. Mhm, mhm, okay. Okay, jetzt hab ich ein bisschen gespottet, alles ausgekundschaftet und weiß, wie ich's jetzt mache. Jetzt rüber und die Kugel holen und dann das Ding aktivieren. Okay. Was zock ich das oder Shadow... Müll-Taktics? Ja, Shadow-Taktics ist ja ein ganz anderes Spiel. Das kannst du ja nicht vergleichen. Das hier ist so Rätsel, die so voll, also du musst echt logisch denken und auch so ein bisschen über den Tellerrand denken, weil das mit der einen Welt in die andere Welt und dann das, das war schon... Das war schon hart. Also ich kann's nicht beides vergleichen, deswegen. Kann ich's nicht sagen. Ich kann die rote Kugel auch noch rüberbringen. Aber wie bringe ich die weiße Kugel rüber? This is the way. Das würde ich eher spielen. Das aber... Schon... Schon... Also schon... Hirnfutter ohne Ende, das Spiel. Also da muss man echt... Aber es ist nicht unfair. Warte mal. Jetzt kommt wieder so eine Tür. Okay. Was ist das denn? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ja, jetzt komme ich hier aus der weißen Kugel raus. Nee, aus der grünen. Scheiße. Ja, super jetzt. Das ist die rote Kugel in der grünen Kugel. Ja gut, du kannst sie ja wieder rausholen. Ich kann sie ja wieder rausholen. Das ist ja nicht so, dass ich sie nicht rausholen könnte. Ich muss die weiße Kugel irgendwie jetzt in die grüne Kugel kriegen. Aber wie kriege ich die grüne Kugel rüber? Äh, die weiße Kugel rüber auf die Seite hier. Äh, okay, ist jetzt zu. Komm ich gar nicht mehr. Ich komme gar nicht mehr rüber, ne? Nee. Nee, ich muss das Rätsel hier lösen. Ich muss die rote Kugel rausholen. Moment. Aber geht auch nicht, weil ich die rote Kugel nicht hier durchschieben kann. Aber ich kann die grüne Kugel mitnehmen. Aber das macht auch keinen Sinn. Ich muss beide Kugeln irgendwie. Lass mal gucken. Hallo, Elfen. Wenn ich jetzt, die grüne Kugel ist ja in der roten Kugel. Also sprich, wenn ich jetzt hier rausgehe, komme ich ja aus der grünen Kugel raus. Genau. Und bin dann in der roten Welt und kann dann aus der roten Kugel und habe die grüne Kugel dann hier und kann dann hier die Brücke aktivieren. Einfach nur... Dieses Spiel ist echt heftig. Und wir sind beim nächsten. Okay, aber ich stehe mal ganz kurz auf und merke, es zieht gerade wieder ein bisschen. Ich muss ein bisschen stehen kurz. Ein bisschen... Ein bisschen dehnen. Ah, ja, 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 ja. Oh. Hü. Das gibt es nicht. Nach vier Stunden oder fast fünf Stunden fängt es an jetzt. Jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an zu ziehen. Und die Belastung ist dann halt doch zu stark mit der Zeit. Gott im Himmel. Ich will doch einfach nur spielen, verdammt. So. Probieren wir es. Also, durch mache ich es jetzt schon noch. Okay. Lass mal looky-looky machen, was wir brauchen. Okay, wir brauchen die grüne. Grüne Kugel. Die grüne, aber komischerweise ist die rote Kugel noch immer in der grünen. Wie kann das sein? Obwohl ich sie rausgeholt habe. Hast du die jetzt gedoppelt oder was? Was ist das? Was war das denn? Was war das denn? Und dann da hoch. Get on it. Hä? Hä? Ja, scheiße. Okay. Frankaschitt. Ah ne, geht ins Nichts. Zack, Treppe erstellt. Ah, jetzt quasi wieder zurück. Ah, jetzt hier hoch. Jetzt habe ich dir eine rote Kugel aber liegen lassen, aber ich habe noch immer eine rote Kugel. Ja, okay, da komme ich wieder zurück, okay. Okay. Okay, das ist easy. Mal sehen, die Kugel dann wieder da rein, dann den Fahrstuhl wieder zurück, oder, ja, doch. Zack. Und dann einfach aus der Kugel rausschlüpfen wieder. Und ich bin auf der anderen Seite. Genau. Was haben wir hier? Ich muss das Ding irgendwie aktivieren. Wo ist denn das? Wo ist die kleine Drohne? Wenn hier so ein Ding ist, dann muss auch hier irgendwo die kleine Drohne sein. Wo ist die? Wo ist die? Ja. Okay, ich muss den Code wieder rausfinden. Ja. Ich sehe nichts. Soll der Code sein? Spiegelung im Wasser. Das ist das Dreieck. Aber wie kann ich die anderen Spiegelungen sehen? Ah, okay, aber was weiß ich, was eins ist und was zwei ist? Ah, okay. Okay. Okay, 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 okay. Also. Als erstes. Dieses mit zwei Striche. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss gucken. Das hier. Das Dreieck. Ich komme zurück. Ich komme zurück, Yogi. Das ist das Erste. Aber wie kriege ich das Letzte? Wie kriege ich das raus? Nee. Ich sehe das Mittlere nicht. Scheiße. Kriege ich denn das Mittlere raus? Was? Das hat kein Schatten. Scheiße. Spiegelt sich das da unten? Nee, oder? Das wäre ja Quatsch. Nein, wäre es nicht. Die Fledermaus. Äh, ich meine Schmetterling oder was auch immer das ist. Okay. Und das letzte. Das war das. Und das hier ist dann... Was ist das? Der Kreis? Das ist der Kreis, oder? Ich habe keinen durch... doch. Nee, der Kreis ist das Letzte. Nee. Doch, der Kreis ist das Letzte. Jawoll, das war richtig. Wuhu! Komm, meine Schlüsseldrohne! Okay. Sehr gut. Nein! Wird so schön wahr. Ehrenrunde. So. Gut. Jetzt wird die kleine Drohne gefangen. Ich mache das hier rein. Ich hole die Drohne... Ich befreie die Drohne wieder. So. Und jetzt komme ich aus... aus der Kugel wieder raus und kann weiter. Das war easy. Das war easy. Ich bin doch schon... Ich bin doch schon aufgestanden. Nein, nicht jede 10 Minuten. So. Ich frage mich trotzdem, wie ich jetzt die weiße Kugel wieder bekomme. Ich frage mich trotzdem, wie ich jetzt die weiße Kugel wieder bekomme. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Queens. Hmm. Ich arbeite dich nicht mit. Hm. Ja, okay. Hm. so, rein in die Welt oh nein nein das war ja dumm was mache ich denn jetzt? als er ist verkackt als er ist sowas von verkackt jetzt komme ich ja gar nicht mehr runter doch komme ich ich komme nicht mehr scheiße, ich komme gar nicht mehr in die rote Welt okay, dann funktioniert das nicht es sei denn was geht doch da? was ja Okay, warte. Okay, okay, okay. Hey, da ist ja meine rote Kugel wieder. Ja, aber trotzdem, aber... Was bringt das? Ich weiß es nicht. Okay. 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 Oh, was mache ich damit jetzt? Aber absolut keine Ahnung. Ah, jetzt ist die hier oben, die Kugel. Das ist es. Deswegen. Ah, okay. Okay. Alles klar. Jetzt ist die Kugel da oben und ich kann jetzt zur anderen Kugel und kann die dann mit hoch und dann habe ich beide Kugeln oben. Ah, jetzt, ich verstehe. Ich verstehe. Aber... Ja. Ja. Das ist nicht so, wie es ist. Ich verstehe. Ich verstehe! ja aber ich verstehe jetzt nicht so ganz was ich damit machen soll was was soll denn das was mache ich jetzt damit keine ahnung was soll ich jetzt damit ich verstehe gerade nicht wo ich lang soll darunter gibt es keine möglichkeit weiter zu kommen jetzt bin ich wieder hier das macht keinen sinn muss ich irgendwie die rote kugel jetzt darunter kriegen aber wie kriege ich jetzt die rote kugel ich habe mich nicht so gut aber es ist das so gut es ist das aber es ist es ist es ist es ist es es Ahem, ahem. Hier baue ich die rote Kugel, oder? Nee. Versteh nicht, was... ...will ich? Was will das jetzt von mir? Kugel wieder runter... Nee, die Kugel muss nicht mehr runter... Ah ja, jetzt unten... ...keine Ahnung... Ich ralze nicht... ...zudem sein... Yogi spendet 5 Bits... Jo, danke Yogi. Ja, natürlich. Wie dumm ich bin. Jetzt weiß ich, wie. Manchmal habe ich kurz so Gehirnaussetzer und überlege gar nicht mehr. Jetzt weiß ich, wie. Man. Geh mal wieder hoch. Wie kann ich das jetzt wieder... Jetzt komme ich wieder zurück? Ach, muss ich da vielleicht hin? Nö, oder? Öh, macht ja keinen Sinn, jetzt wieder zurückzugehen. Äh. Macht keinen Sinn. Ja, außer ich brauche jetzt wieder die rote Kugel. Aber da bin ich ja hergekommen, das ist ja Quatsch. Und da bin ich ja hergekommen, das ist ja hergekommen, das ist ja hergekommen, das ist ja hergekommen. Zack. Jetzt komme ich da aus dem Ding raus, genau. Jetzt schnappe ich mir die rote Kugel. Das habe ich nämlich die ganze Zeit falsch gemacht. Und dann gehe ich da rein. Und dann gehe ich da rein. Jawohl. Jawohl. Und dann kann ich jetzt die rote Kugel und kann in die Welt hier rein. damit gehen. Und hier geht es nicht weiter. Ja. Hier geht es ja nicht weiter, oder? Ja. 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 Macht auch keinen Sinn. Nutze eigentlich noch Insta. Wie meinst du das? Nutzen. Also, mal reinschauen und so. Ja, klar. Oder was? Hochladen? Ja, hochladen eher selten. Was? Was mach ich denn? Mach ich doch wieder. Da gibt's jetzt Treads. Was soll das sein? Treads. Foren, oder was? Ich komme einfach gerade nicht klar, wo ich hin muss. Da hoch muss ich nicht noch mal. Scheiße, das war falsch. Hä? Ja, war doch richtig. Ach, keine Ahnung. Was muss ich denn machen, Alter? Da bin ich doch hergekommen. Also, ich... Ach so. Ne, da bin ich auch hergekommen. Da hab ich ja die Brücke aktiviert. Das hab ich auch gemacht. Hä? Muss ich doch zurück? Oh, hab ich da nicht gleich der rote Ding genommen. Ja, das macht gar keinen Sinn. Wofür hab ich dann die Brücke gemacht? Um den Schlüssel zu holen. Ja. Muss aber jetzt wieder zurück. Aber wie nehm ich jetzt die Kugel mit? Scheiße, ich baue die rote Kugel unten. Hätte ich sie doch nur unten gelassen. Was meinen jetzt? Das geht doch nicht. 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 Ja, aber wenn ich dann jetzt wieder mit dem Roten da durch... Doch, doch. Jetzt, jetzt stimmt's. Nein. Lums. Naja, das war falsch. Das ist richtig. Zack. Wieder gefangen. Jetzt nehm ich die rote Kugel. Naja, es ist grad ein bisschen komplexer. Verzweifeln tue ich nicht, aber es ist grad ein bisschen komplexer, weil ich muss diese blöde Drohne irgendwie durchkriegen. Jetzt hab ich sie. Das war's. Jetzt hab ich's. Hey, hey, hey. Das war ja ne Geburt. Das war ja ne Geburt. Das war ja ne Geburt. Was auf der anderen Seite? Was auf der anderen Seite? Hey, wo war das mit dem Schlüssel? Na, endlich. Oh, in was für ne Welt bin ich denn jetzt gelandet? Ach so. Jetzt muss ich alle Kugeln holen. Oh. Oder ich brauch nur die weiße. Na, ich brauch alle. Aber ich hab die gelbe... Ich hab die grüne nicht dabei. Ich brauch jede Kugel. Oder? Wie, 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 wie komm ich an die grüne Kugel wieder? Scheiße. Ich muss, oh, ich muss nochmal zurück. Ich muss die grüne Kugel in die rote reinmachen. Oh, das war falsch. Scheiße. Egal. Nicht als Strafe. Nur als Übung. Nochmal. Den ganzen Weg wieder zurück. Na, erstmal wieder. Lass mal wieder die Kugel da drauf. Zack. Nicht als Strafe. Nur zur Übung. Let's go. too. Ding, 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 ding. Oh. Nichts wird zurückgelassen. Aha, jetzt hat es funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt geht es ab. Und ab geht es. Bäm. Ich gehe mal raus. Welcher Boss war denn das nochmal? Das war glaube ich der hier, oder? Nein. Ui! Ahem, ahem. Nein, holen wir auch raus. So. Nein. Und so. Also, als erstes ist rot. Oder? Rot, weiß, lila. Hä? Ich muss alle in einer Kugel haben. Aber was ist die erste Kugel? In der roten Kugel? Oder was? Also. Rot, weiß. Rot, weiß. Lila, grün. Ja. Aber ich habe gar nicht so viel Platz. Lila. Und grün. Aber ich habe gar keinen Platz für grün. Wo soll ich grün hinlegen? Grün hat keinen Platz. Scheiße. Vielleicht muss ich sie alle in grün reinmachen. Wenn du esst. Wenn du esst. Die Schmerz des Sten. Fynn. Ja. Das ist gut. Deine Person. Ich habe gar nicht geklemmt. Dasselbe es gerade nicht gepackert. Die Schmerz des Sten. Die Schmerz des Sten. Und. Die Schmerz. Ich habe gar nicht mehr及… Ich habe gar nicht. Wenn du sie in einem Sten, dass sie nicht in schmerz, oder? grün lila okay alles klar so ne das passt so ins grün also lila muss in grün das hat auch nur zwei plätze das hat doch auch nur zwei plätze wieso es geht nila muss in grün weiß muss in rot rot muss in weiß ja es ist auch das einzige was geht rot muss in weiß und weiß muss dann noch in grün rein oder wie das geht ja nicht ich müsste weiß in lila ah ja weiß muss in lila und dann muss grün und dann muss lila in grün und dann hab ich's ja es schon knifflig jetzt geworden jetzt muss jetzt ja jetzt muss lila in grün und dann hab ich's und dann kommt letzter boss denk ich mal so und rein da jawohl sesam öffne dich die welten sind wieder vereint oder wie muss ich das verstehen jetzt was what the fuck geht's jetzt hin in ne ganz andere welt in ne tote welt krank 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 stehe ich nochmal kurz auf weil vielleicht der boss geht jetzt echt länger muss ich warten leider muss ich nach dem spiel aufhören oder ich spiel VR mal gucken entweder spiel ich VR oder ich hör auf keine ahnung kurz scheiße ich hab schon wieder vergessen ich hab schon wieder mein Tee vergessen egal was ist das schwarztee schmeckt zumindest so ne gebrannte mandeln weihnachtstee der gute Tee ja den kann man ja auch noch lauwarm trinken alles gut oh Gott ich kotze ab diese scheiß Bandscheibe so so machen wir den Boss was kommt jetzt bin ich jetzt zu Hause ist das jetzt mein Zuhause was hä hä was hä jetzt bin ich der Boss von allen Welten oder wie und wie wie was wie 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 jetzt bin ich zum wächter geworden ich glaube auch aber ich glaube hier formt sich glaube ich ein neues universum ich bin eine sonne jetzt bin ich der wächter des universums alter das ist auch mal ein komisches ende gewesen sehr komisches ende trotzdem ein ultra geiles game oder ohne witz also das hat echt spaß gemacht das war das ende ist jetzt ein bisschen creepy wir sind jetzt böse wir sind jetzt der gott von dem neuen universum das wir erschaffen haben aber trotzdem cool gemacht cool auf jeden fall cooles game kann man empfehlen ist nicht umsonst in die spiel des jahres geworden die ideen waren sehr sehr nice der grafikstil war geschmackssache aber die ideen die waren richtig richtig nice hat auch echt spaß gemacht aber ich glaube da kommt jetzt auch am schluss nichts mehr ich denke jetzt haben wir es durchgespielt cooles game das war's hier ist ja war's eu Vielen Dank.